Ich begrüsse Sie zu einem weiteren Video unserer Tutorial-Reihe. In diesem Video möchten wir den speziellen Objektpfang Mitte zwischen zwei Punkten anschauen. Dieser Objektpfang ist nicht über das klassische Objektpfangmenü aufrufbar, sondern er muss mit der Tastenkombination Shift-Rechte-Maus-Taste aufgerufen werden. In unserem Beispiel möchte ich zwischen diesen beiden vertikalen Linien eine weitere Linie hinzufügen, mit Hilfe des erwähnten Objektpfanges. Ich wähle hier die Polylinie aus und als Startpunkt drücke ich jetzt Shift-Rechte-Maus-Taste und wir finden den Objektfang an dritter Position. Ich wähle diesen aus, definiere den ersten Punkt, definiere den zweiten Punkt und somit habe ich den Startpunkt, den ich mir gewünscht habe. Oben mache ich dasselbe, Shift-Rechte-Maus-Taste, wähle wieder den Objektfang aus, wähle die linke Seite aus, wähle die rechte Seite aus und unsere zusätzliche Linie ist perfekt positioniert. Musik 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 Musik